Wöbel 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 So, es hat funktioniert attentiviert Komme Komme Weg 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 So was hat uns in der ersten gefilmt, in der Ecke Kopp bei Tor, ne? So was hat uns in der ersten gefilmt, in der ersten gefilmt, in der ersten gefilmt werden? So was hat uns in der ersten gefilmt, in der ersten gefilmt werden? So was hat uns in der ersten gefilmt? So was hat uns in der ersten gefilmt, in der ersten gefilmt werden? So was hat uns in der ersten gefilmt? So was hat uns in der ersten gefilmt, in der ersten gefilmt werden? So was hat uns in der ersten gefilmt, in der ersten gefilmt werden? So was hat uns in der ersten gefilmt, in der ersten gefilmt werden? So was hat uns in der ersten gefilmt werden? So was hat uns in der ersten gefilmt werden? Weitere Witter! Das brauchen wir noch, ne? Ja, Kieran, herzlichen Glückwunsch. Erstmal heute gewonnen, klassenhaltsicher. Ja, was überwiegt mehr? Gerade vor allem Erleichterung, ehrlich gesagt. War ein langes Jahr. Die Freude wird gleich unten kommen, wenn die Jungs da ordentlich Stimmung machen. Aber gerade bin ich schon erleichtert, dass wir jetzt auch einen Haken dran gemacht haben. Und das auch mit so einem tollen Spiel nochmal. Muss man natürlich sagen, das freut mich sehr. Der Mannschaft hat von vorne Druck gemacht und war ganz klar, dass sie hier offenbar die drei Punkte mitnehmen wollen. Ja, absolut, absolut. Aber trotzdem, wir haben viele Spiele so angefangen und uns dann eben nicht belohnt. Und diesmal haben wir das gemacht und da sind wir echt froh drüber. Gerade die erste Halbzeit war natürlich wie aus einem Guss. Die zweite, natürlich läuft es dann auch so ein bisschen aus. Gerade nach dem 4-1 hatten wir das Spiel dann auch gekillt, zum Glück. Auch das haben wir auch schon oft genug verpasst dieses Jahr. Und deswegen, ja, war das hochverdient, war eine tolle Leistung. Das kann man jetzt selbst an einem Sonntagabend, glaube ich, ganz gut feiern. War dann, glaube ich, eine Spring-Saison, eine Einmalrunde, dann eine Abstiegsrunde. Das ist sicher etwas anderes, als wenn man eine normale Liga spielt mit Hin- und Ruckspiel. Ja, die Drucksituation war schon eine andere mit dieser Abstiegsrunde, weil du nur noch sechs Punkte-Spieler hast. Ich meine, wir wussten, worauf wir uns einlassen vor dieser Saison. Es ist brutal junge Mannschaft, eigentlich unser erstes richtiges Oberliga-Jahr. Und dann kommt diese Situation noch mit rein, diese Abstiegsrunde, wo du nur noch diese sechs Punkte-Spiele hast. Das war anstrengend, auch mit Corona, mit den ganzen englischen Wochen, muss ich sagen. Ist ja auch für mich neu als junger Trainer. Ist ja nicht so, als wir ständig englische Wochen haben. Wie gesagt, deswegen ist es gerade, glaube ich, auch Erleichterung. Aber die Freude und der Stolz, die kommen, glaube ich, sehr schnell da hinterher jetzt. Du hast gesagt, dass junge Mannschaft viele Spieler, die im ersten Senioren oder zweiten Senioren sind und dann auch lange nicht gespielt haben, weil A-Jung hier auch ausgefallen ist wegen Corona. Wie schwer war das, die Jungs wieder so richtig in den Sport zu bringen, überhaupt an dieses Tempo zu gewöhnen? Ja, die Pause, ich glaube, da hat man sogar fast vielleicht einen Vorteil dadurch, dass man so jung ist, weil die Jungs eben einfach fit sind. Die brauchen dann nicht lange, um wieder fit zu werden. Aber diese Gewöhnung ans Seniorenniveau, das dauert halt einfach, weil die ja im Training eigentlich auch noch die Situation haben, dass sie nur gegen Gleichaltrige spielen. Das heißt, wir haben nur die Spiele, um uns an das Seniorenniveau zu gewöhnen. Und das ist eigentlich ein Prozess, der jetzt auch weiter andauert. Der ist jetzt nicht abgeschlossen. Ich glaube, wir waren zwischen den Strafräumen wirklich eine richtig, richtig gute Oberligamannschaft. In den Strafräumen eben noch nicht. Aber da kommt dann eben auch das Thema Erfahrung sehr stark ins Spiel. Und ja, ich bin froh, dass es dann am Ende gepasst hat, dass wir auch mit unserer Art Fußball zu spielen, die ja nun mal auch nicht frei von Risiko ist, es geschafft haben, auch im Abstiegskampf zu bestehen, wo ja dann schnell nach anderen Tugenden gerufen wird. Und ja, die Jungs haben sich toll entwickelt, ehrlich. Auch in den schwierigen Phasen sind sie dabei geblieben. Wir hatten immer eine Top-Trainingsbeteiligung. Also ich bin sehr, sehr happy mit der Gruppe. Es gibt, klar, manche fragen sich natürlich, sind Jungs dabei, die vielleicht oben angreifen können? Jan Unterhorst wurde ja schon genannt und auch Kevin Schacht. Sind das Spieler, wo denen du zutraust, vielleicht sogar nächste Saison der Regionalliga-Einsätze zu bekommen? Auf jeden Fall. Wir haben dieses Jahr ja schon Jungs reingeschmissen. Da muss man auch sagen, da scheuen sich Sascha und Luis ja auch nicht mehr im Geringsten vor. Natürlich bedarf es da auch immer gewisser Situationen, wie auch die Personalsituation oben nicht immer top war. Da kann dann keiner was für, wenn einfach mehrere Leute verletzt sind, Corona ist und so weiter. Das öffnet dann aber Türen für meine Jungs jetzt hier. Und dass da der eine oder andere durchgehen kann, glaube ich, auf jeden Fall. Man hat es ja schon gesehen mit Remberg oder Frenkert, die ja auch aus der zweiten Mannschaft kamen oder Klan. Das muss, glaube ich, auch das Ziel sein für Pros, sonst bringt der zweite Mannschaft nichts. Absolut. Und ich meine, wir sind halt nur eine Liga drunter. Wäre schön, wenn es dann vielleicht bald wieder zwei sind. Aber selbst dann haben wir immer noch einen Top-Unterbau. Diese Oberliga ist eine richtige Erfahrungsliga. Man spielt halt gegen viele Jungs, die an der Schwelle zum Profifußball waren oder die im Profifußball tatsächlich auch waren. Und wer hier besteht mit 19, 20, der ist natürlich auch gemacht für höhere Aufgaben. Ob das dann am liebsten hier. Können nicht alle hier kommen. Aber wir haben sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Gerade mit diesem Zwischenschritt zweite Mannschaft. Sei es Rambo, Dedo. Du hast schon ein paar genannt. Dome, Klan etc. Selbst Marcel Hoffmeier, Johnny Grudowski haben ja alle hier gespielt ihr erstes Jahr hauptsächlich. Und sind jetzt in der dritten Liga unterwegs. Also das lohnt sich schon hier. Jetzt ist die Saison zwar noch nicht ganz fertig. Ich habe letzte Woche noch ein Spiel. Aber ich glaube, die Planung für die neue Saison wird sich jetzt schon voll um Gange. Wie sieht es da aus? Ja, die ist so gut wie durch eigentlich. Also wir haben, das war auch unser großes Ziel, weil wir dieses Jahr ja so extrem jung waren. Mit 14, 15 Jungs, die das erste Saison spielen. Dass wir den Jungs dann auch ein zweites Jahr geben wollen. Und natürlich auch diese Erfahrung jetzt mitnehmen wollen ins nächste Jahr. Bisschen Veränderungen gibt es natürlich trotzdem. Wir sind U23, Fluktuation ist normal. Aber es ist nicht so viel und ich bin sehr zufrieden mit dem Stand der Dinge. Und da werden wir dann auch, oder werdet ihr dann nächste Woche wahrscheinlich auch ein bisschen was erfahren. Also wir haben schon was gemacht. Und es kommen jetzt sicher auch ein paar Jungs aus der U19 hoch. Genau, auch das. Ja genau, die haben ja auch ein tolles Jahr gespielt. Und insgesamt glaube ich war das für unsere ganze U17 auch. U15, also bis ganz runter. Tommy hat einen tollen Abschluss gehabt jetzt mit einem tollen Jahr. Also das macht schon einfach Spaß hier im Jugendbereich. Das sind geile Leute an der Arbeit ja. Und das ist glaube ich zeigt sich dann auch in den Resultaten. Alles klar, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Feiern und dann alles Gute. Freusten Münster immer in meinem Herz. Freusten Münster immer in meinem Herzen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017